Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu dem, ja, was soll ich es nennen, kleinen Infovideo, was mit dem Stream gelaufen ist. Und zwar, es haben ja glaube ich zwei oder drei zugesehen und die haben ja gesehen wie es geleckt hat und ich konnte das einfach nicht mehr weitermachen. Denn mein PC ist für das Streaming zu schlecht. Wir haben uns schon beschlossen, dass wir eventuell das mal bei Lukas machen, Stream, aber auf meinem PC geht das nicht. Ich kann hier Folgen aufnehmen, rendern und so, aber streamen, das ist nicht möglich. Ja, ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen, denn, ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Deswegen ein großes Entschuldigung. Ich werde das auch irgendwie wieder gut machen, vielleicht mit einer Special-Folge oder so, die etwas länger geht von Clash of Clans, ja. Und wie ihr schon vielleicht hört, kann man merken, dass der Ton etwas besser ist und das liegt daran, dass mein neues Mikro da ist. Und das ist schon eigentlich relativ gut. Ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich nehme gerade nur Order City auf. Ach, ich habe es noch nie mal aufgenommen, aber ja gut. Ich werde euch einfach so ein Bild reinfügen und dann den Text darunter machen, den ich hier gerade spreche. Ja, ich bitte nochmal um ein ganz großes Entschuldigung. Und ich werde mir wirklich was überlegen, um es wieder gut zu machen. Ja, ich würde mal sagen, das war es dann hiermit auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.